Nakula Baseli Nakula wurde nicht festgenommen, weil er der Drahtzieher des islamfeindlichen Films Die Unschuld der Muslime sein soll, sondern weil er gegen eine Bewährungsauflage verstoßen habe, so eine Bundesrichterin in Los Angeles. Nakula ist ein in Ägypten geborener koptischer Christ, der seit Jahren in Südkalifornien lebt und immer wieder mit islamfeindlichen Aktionen aufgefallen war. Den Schmähfilm habe er allerdings unter einem falschen Namen produziert, Sam Basile nämlich, und nur unter diesem Namen war er bei den Schauspielern bekannt. Erst eine Gegenüberstellung mit diesen hat ihn dann schließlich als Nakula Baseli Nakula identifiziert. Cindy Garcia ist eine der beteiligten Schauspielerinnen des Films. Sam Basile oder was immer auch seine Namen waren, hatte die Absicht, unsere Worte in dem Film neu zu vertonen, und seine eigene Botschaft draufzusetzen, um ein Exempel zu statuieren. Allerdings kenne sie nicht seine wahren Beweggründe. Ein 15-minütiger Trailer des Films ist nach wie vor im Internet auf YouTube zu sehen. Darin wird der Prophet Mohammed als blutrünstiger Schutzenjäger und Homosexueller dargestellt. Den Schauspielern wurden die nachträglichen Veränderungen des Films allerdings verschwiegen. Für die beteiligte Cindy Garcia damals ein riesiger Schock. Sie hat zudem Nakula alias Basile vor wenigen Tagen angerufen und ihn gefragt, warum er das gemacht habe. Der habe geantwortet, Cindy, sag allen, dass du unschuldig bist. Sag Amerika, dass der Drehbuchautor verantwortlich sei und der es einfach satt hatte, dass radikale Muslime unschuldige Menschen töten. Das war das Ende des Gesprächs. Nakula Baseli Nakula war in den letzten Jahren immer wieder straffällig geworden. Zuletzt wurde er im Jahr 2010 wegen eines Finanzdelikts verurteilt. Nach seiner einjährigen Haftstrafe kam er unter der Auflage frei, dass er fortan Computer oder das Internet nur mit dem Einverständnis seiner Bewährungshelfer benutzen darf. Sollte sich nun aber herausstellen, dass er den Film auf dem Computer geschnitten und auf YouTube eingestellt hat, dann muss er sich vor Gericht verantworten. Wegen Verstoß seiner Bewährungsauflagen drohen ihm nun zwei Jahre Haft. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020